Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu der fortgeschrittenen Algorithmik. Wir beschäftigen uns hier selbstverständlich wieder mit den Algorithmen und Datenstrukturen, allerdings dieses Mal auf einem etwas fortgeschrittenen Level. Wie gesagt, der Kurs, den ich hier bereits angeboten habe, der Algorithmen und Datenstrukturen heißt also Teil 1, der ist hier vollkommen Voraussetzung, damit man hier überhaupt weitermachen kann. Das heißt, wenn jetzt jemand irgendwie hier einsteigen möchte, ja, durchaus möglich, aber eben bitte erst, wenn das gewisse Vorwissen da ist. So, wir wollen in diesem Teil hier mehr Laufzeitanalyse machen. Ich habe euch bei der Landa-Notation ein klein wenig was verschwiegen. Wir wollen Korrektheitsbeweise machen und wir wollen Grafen und Bäume analysieren und jeweils deren Algorithmen und Datenstruktur genauer kennenlernen. Starten wollen wir mit etwas mehr Laufzeitanalyse und da möchte ich ein kleines bisschen nun mal nochmal auf das Landau-Notations-Dingens eingehen, das wir auch schon behandelt haben und zwar die O-Notation in diesem Video. Nächstes Mal gibt es dann noch ein bisschen mehr als nur O-Notation, aber ich möchte diesmal so ein kleines bisschen darauf eingehen, warum man das eigentlich so gemacht hat. Und wir wollen das Ganze auch ein kleines bisschen visuell darstellen. Das fangen wir direkt mal an. Und zwar haben wir hier O von N. Wie wir sehen können, steigen diese Funktionen alle linear und sowohl 3 plus 3 N, was ja deutlich schneller steigt und auch deutlich höher ist, es ist immer höher als die anderen Graphen hier, gehört zu O von N, ebenso wie 2 N, ebenso wie 2 plus N, ebenso wie N. Wir können hier sehen, die Laufzeit selbst, dieses 3 plus 3 N, also 3 Operationen und dann jedes Element 3 mal anfassen. Das sehen wir hier vorne, da starten wir halt bei 3 und steigen dann etwas schneller hier hoch. Das heißt eben, wir steigen mit Steigung 3 und wir fangen auch schon bei 3 an. Während bei 2 N starten wir bei 0 und steigen dann nur mit Steigung 2. Das heißt, wir sind hier hinten gerade mal, also bei 100 Elementen sind wir gerade mal bei 200 Operationen. Wie lange dann eine Operation dauert, das sei dahingestellt, das kann man eben so analysieren, wie man möchte. Aber wir sehen, wenn ein Algorithmus Laufzeit 2 N hat, ist er eigentlich wirklich schneller als ein Algorithmus, der 3 plus 3 N hat, ebenso wie 2 plus N etwas langsamer ist als N, weil hier eben zwei Operationen bei 2 plus N eben noch direkt am Anfang dazukommen. Das heißt, wir brauchen zum Beispiel zwei Operationen, um uns einen Algorithmus zu starten. Für die O-Notation hingegen sind diese drei Funktionen absolut identisch, denn die O-Notation, also O von N, bezeichnet eigentlich eine Gruppe an Funktionen, und zwar die Gruppe an Funktionen mit linearer Steigung. Das heißt, es kommt eigentlich nur auf die Steigung drauf an, also eigentlich nur auf die Ableitung. Wenn ein Algorithmus Steigung N hat, dann die Steigung eine Konstante ist, also sich nicht irgendwie ändert, dann ist dieser Algorithmus in O von N drin und dementsprechend hat er dann auch die Eigenschaft, dass er eine Laufzeit von O von N hat. Die beiden Ausdrücke sind äquivalent. Das bedeutet, wenn wir uns das jetzt hier mal genauer angucken, wenn wir als Funktion in Abhängigkeit von der Anzahl an Elementen, das heißt in Abhängigkeit von N das Ganze angeben, dann ist unsere Laufzeit 3 plus 3 N. Das kann man wunderbar im Code normalerweise ablesen. Wir haben drei Operationen und dann haben wir zum Beispiel drei Vorschleifen, die jedes Element einmal anfassen, oder wir haben eine Vorschleife, die jedes Element dreimal anfasst. Und wenn wir das ganze Ding dann ableiten, das heißt, wenn wir nach N wirklich ableiten, dann kommt hier als Lösung 3 raus. 3 wiederum ist eine Konstante und dementsprechend ist die Funktion f von N gleich 3 plus 3 N in O von N enthalten. Das ist also eine Menge an Funktionen und man sagt f von N, also in dem Fall 3 plus 3 N oder 2 N oder 2 plus N oder N, diese vier Funktionen hier unten oder eben alle weiteren mit einer konstanten Steigung, die sind Element von O von N. Anders ist das, wenn unsere Steigung, also unsere Ableitung nicht mehr konstant ist, sondern ein klein wenig anders. Und das wollen wir uns hier angucken. Das sind die, die wir uns auch schon angeguckt haben, die Funktionen, die wir hier auch schon gesehen haben. Bitte wundert euch nicht über diese eckigen Dinger hier. Das dürft ihr euch gesmoothed vorstellen. Wir haben einmal hier drüben die Laufzeit N hoch N. Das hatten wir zum Beispiel bei einigen Brute-Force-Algorithmen, wo einfach wirklich alles ausprobiert wurde. Die Laufzeit N hoch N ist katastrophal riesig. Ihr könnt das gerne mal ausrechnen. Ich habe hier natürlich nur eine gewisse Laufzeit auch enthalten können, damit man überhaupt hier unten noch die anderen sehen kann. Das grüne Piepselchen hier unten, das ist unser N, was wir gerade schon gesehen haben. Und die anderen Laufzeiten, dieses Lilane hier ist N Quadrat, dieses Orangen ist N hoch 3 und ganz katastrophal ist eben N hoch N, was einfach schon sehr, sehr schnell einfach so schlimm ist, wie man sich das mit Laufzeit N überhaupt nicht vorstellen kann. Das heißt, wir haben hier wirklich andere Laufzeiten. Die sehen tatsächlich absolut anders aus. Und wenn wir uns das mal kurz angucken, dann sind die Ableitungen hier auch ein kleines bisschen anders. Ich will das nur ganz kurz mal anschneiden. Aber man sieht, dass sie nicht in O von N drin sind. Das heißt, O von N hoch N ist etwas anderes wie O von N hoch 3. Und O von N hoch 3 ist wiederum was anderes wie O von N Quadrat. Und O von N Quadrat ist wiederum was anderes wie O von N oder O von Log N. Weil diese Mengen, die sagen ja immer nur an, steigt gleich schnell wie folgende Funktion. Das heißt, O von N sagt mir, Funktionen steigen gleich schnell oder eben auch linear, weil O von N linear steigt. Während aber O von N hoch N, sehen wir hier, das hat eine Steigung von N hoch N mal Logarithmus von N plus 1. Also auch mehr als exponentiell sogar. Dann haben wir allerdings noch N hoch 3. Wenn wir das ableiten, können wir bei 3 mal N Quadrat raus. Was auch wiederum seine eigene Funktion ist. Das heißt, O von N hoch 3 ist eben mit quadratischer, oder wenn die Steigung quadratisch ist. Das heißt, N Quadrat ist die Steigung mit einem Faktor vorne dran. Also 5 mal N Quadrat ist da drin, 6 mal N Quadrat ist da drin. Aber eben die Steigung muss irgendwas mit N Quadrat sein. Wenn wir N Quadrat ableiten, also diese lila Funktion hier, dann haben wir natürlich auch O von N Quadrat. Und das sind die, die schlecht skalieren, also zumindest noch machbar, aber trotzdem schlecht skalieren. Und zwar haben die eine Steigung, die abhängig ist von den Elementen. Und zwar linear abhängig von den Elementen. Also die Steigung. Das heißt, wenn ich 100 Elemente habe, ist meine Steigung 200 N. Das heißt aber auch schon, wenn ich nur wenige Elemente anfasse, dann ist das schon teuer. Und das liegt daran, dass ich einfach sehr, sehr viele Elemente habe. Und jedes Mal, wenn ich ein Element anfassen muss, muss ich jedes andere anfassen. Das heißt, O von N Quadrat ist hier auch nochmal was anderes. O von N hatten wir gerade, da ist die Steigung einfach 1. Und dann haben wir sogar noch Log N, wobei man Log N hier unten nicht mal sieht. So klein ist diese Kurve. Da haben wir eine Steigung von 1 durch N Logarithmus von 2. Log N bezeichnet in der Informatik eigentlich immer den Binär, also den Logarithmus zur Basis 2, weil wir natürlich immer binäre Bäume bauen, normalerweise, oder Binär irgendwas aufteilen, also in zwei Hälften aufteilen und nicht in zehn Hälften aufteilen, beziehungsweise in zehn gleiche Teile aufteilen, sondern immer nur in zwei. Deswegen redet man hier normalerweise immer von Logarithmus zur Basis 2 und nicht vom natürlichen Logarithmus hier. Ja, und das ist tatsächlich jetzt hier eine interessante Feststellung. Wir sehen einfach, wie abartig unterschiedlich diese Laufzeit ist. Das heißt, N hoch N hat bei 50 Elementen schon eine Laufzeit, die kann man sich schon gar nicht mehr geben. N Quadrat ist noch machbar, da sind die Zugriffe irgendwie so zwischen 2.000 und 2.500. Und O von N, naja, da haben wir halt einfach nur 50 Zugriffe bei 50 Elementen. Das ist schon absolut machbar. Wenn wir jetzt mal ein bisschen näher ranzoomen, dann sehen wir hier, jo, wird immer schlimmer, also je näher, also ich habe jetzt hier quasi einfach mal die Skalierung ein bisschen geändert. Wir müssen schon wirklich ordentlich ranzoomen, um überhaupt noch N log N feststellen zu können und überhaupt noch sehen zu können. Also dieser kleine blaue Knirps hier drüben, das ist jetzt O von N, beziehungsweise N hoch N, ja. Das ist schon unfassbar schnell und extrem, also unfassbar viel Leistung, die da reinfließen muss und es steigt unfassbar schnell, das möchte ich damit sagen. Auch N hoch 3 ist schon ziemlich katastrophal. N Quadrat sieht auch schon absolut katastrophal aus, wenn man das Ganze mit N log, beziehungsweise einfach nur mit Logarithmus von N vergleicht. Und ja, deswegen ist log N immer so die Laufzeit, die man am liebsten haben möchte, während N ist eine realistische Laufzeit, die ist auch noch ganz gut. N Quadrat ist schon wieder nicht so gut und alles andere, was schlechter ist als N Quadrat, das könnt ihr sowieso direkt vergessen, das läuft einfach viel zu lange auf jedem Rechner. Ja, ähm, das war jetzt das O, ähm, oder die Big O-Notation noch einmal ein bisschen mehr im Detail. Ich hoffe, das hat nochmal so ein kleines bisschen mehr Eindruck gegeben, was alles zu welchen Kategorien dazu gehört und warum man die eigentlich aufgeteilt hat. Man möchte nämlich damit nur so eine Richtlinie geben, in welcher Laufzeit man überhaupt hier steckt. Das heißt, wie gut ist das eigentlich? Das ist eigentlich der einzige Sinn davon. Es gibt allerdings noch mehr als nur Big O, also quasi Groß-O-Notationen, und die wollen wir uns dann in den nächsten paar Videos ebenfalls angucken. Ich danke fürs Zugucken und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.